In einer Videobotschaft hat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyy am Sonntag gesagt, dass fast 125.000 Menschen über sogenannte humanitäre Korridore aus umkämpften Gebieten in der Ukraine evakuiert worden seien. Besondere Aufmerksamkeit gelte nun jedoch der Hafenstadt Mariupol. Dort seien noch immer rund 400.000 Menschen eingeschlossen. Außerdem fügte er hinzu, dass etwa 13.000 russische Soldaten bereits ihr Leben verloren hätten. Das seien mehr als während der beiden Tschetschenien-Kriege. Und auch wenn neue russische Einsatzkräfte folgen würden, werde die Ukraine sich weiter verteidigen. Papst Franziskus forderte vor tausenden Gläubigen erneut ein Ende des Krieges in der Ukraine. Bombenangriffe auf Krankenhäuser und andere zivile Einrichtungen seien barbarisch. Wörtlich sagte der Papst auf Italienisch, Im Namen Gottes bitte ich euch, stoppt dieses Massaker.